Sie sind nicht zufrieden mit dir. Wieso? Weil ich nicht gestorben bin? Weil du sie lächerlich gemacht hast. Tut mir leid. Es lief eben nicht so wie von ihnen geplant, aber ich bin mit ihnen auch nicht sehr zufrieden. Katniss! Das ist eine ernste Sache. Nicht nur für dich, hörst du. Die sind bei sowas nicht entspannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn sie dich fragen, dann sag, du hast keinen Ausweg gewusst. Und du warst so verliebt in deinen Peter, dass der Gedanke, nicht mit ihm zusammen zu sein, unerträglich war. Du, du wolltest lieber tot sein, als von ihm getrennt. Verstehst du? Wie hast du dich gefühlt, als du ihn unten am Fluss gefunden hast? Wie der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Was ist mit dir, Peter? Ach, sie hat mir das Leben gerettet. Wir haben einander gerettet. Ladies und Gentlemen, das tragische Liebespaar aus Distrikt 12. Die diesjährigen Gewinner der 74. alljährlichen Hungerspiele. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Eine weizende Brusche? Danke, sie kommt aus meinem Distrikt. Bestimmt ist man dort überaus stolz auf dich. Und wie geht's zu Hause weiter? Keine Ahnung. Naja, wir versuchen wohl zu vergessen. Ich will nicht vergessen. Ich will nicht vergessen. Ich will nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020